Hallo meine kleinen Verwirrten! Na, seid ihr auch verwirrt? Schreibt sie gerne in die Kommentare und findet euren Verwirrtheitspartner und wir spielen ins PUBG wieder eine Runde. Viel Spaß dabei. Verwirrtheitspartner? Wie funktioniert das wohl? Tja, weiß ja nicht. Bist verwirrt und dann findest du jemanden, der auch verwirrt ist und dann seid ihr beide zusammen verwirrt. Ich glaube, da hätte ich ziemlich viele Matches. Kann man da auch so swipen? Ja, in den Kommentaren. Ist dessen drin, weiß ich gar nicht. Ich hab den Polen noch nicht im Kopf. Haben wir noch nicht gesehen. Aber das weiß man ja hier nie, ne? Nur weil man eine Map zwei Stunden lang nicht sieht oder drei, heißt das ja nicht, dass sie nicht drin ist. Kann auch drin sein, ja. In der Tat. Alles schon erlebt. Wir haben alle Aufsätze, aber keine Waffe. Ich hab Waffen, aber keine Aufsätze. Ja, genau. Endlich ne M79. Oh, ne Akama. Hier ist das Lrrr. Hier sind noch zwei Dreier-Rucksäcke nebeneinander los. Oh. Wer schießt? Alter, hab ich mich erschrocken. Wieso ist er tot und ich nicht? So gut. Alter. Ich war davon ausgegangen, ich bin hier komplett alleine. Der ist nur down aber, ne? Ja, 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 ja. Da drin ist der down. Was? Ich, ich bin hier erschrocken, ey. Notfall liegen sie doch. Soll ich erstmal ein Vierfach für euch mitnehmen, oder? Ich hab eins. Ich hab eins. Ich weiß halt nicht, wo seine Mates sind. Chris. Wenn du kannst, ne mit, ja. Ne. Du bist erstmal mit. Ich geh mal, komm mal zu Fudel. Die sind woanders gelandet. Ist halt Sunrock, ne? Ich mag hier ungern finishen. Oh. Ist ein bisschen wie John Cena in ... Wie hieß der Film eigentlich? Vielleicht legst du irgendwas hin für mich, dann finish ich dich auch nicht. Franzi, wie hieß der Film? Ja, denn was hin? Mit John Cena und Aquafina. Den wir gestern geguckt haben? Ja. Ähm ... Oh Gott, wie hieß denn der? Also den ... Den Neuro-Film. Der ist nicht geguckt. Ey, ich hab auch ein bisschen ... Aber es ist halt auch immer nur dasselbe passiert. Die ist irgendwo reingekommen. Alle wollten sie umbringen. So, kurz sicher. Sie guckt, wie sie sich wieder um ... Franzi, jetzt mach nicht den Film dafür verantwortlich, dass du ihn nicht gesehen hast. Nein. Ja, aber ... Es ist ja nichts Schlimmes, wenn man einen stirbt. Ist doch alles gut. Aber du hast ihn nicht gesehen. Ja, vor allem weiß ich jetzt nicht, wie er ausgeht. Der war nämlich witzig. Der war nämlich echt witzig. Ich mach den jetzt, oder? Die Hälfte hab ich ja gesehen. Mindestens. Ne. Doch. Ne. Doch. Ne. Graf. Ne. Ich brauch nur ne Wewa. Klar. Da war nur ne SLR unten. Hattest du mir das vierfach mitgebracht? Ja. Gib mal wieder. Jetzt. LOL. Was für Hems? Oh. Umgefallen. Geh mir alles klaut. Eine Sache hab ich nie geklaut. Ich brauch die ... ja, aber die Muni brauch ich am dringend. Was? Ich hab nur ne Granate genommen. Ich hab keine Muni genommen. Ich hab keine Muni genommen. Okay, dann brauch ich die ja noch dringender, die Muni. Hier, brauchst du Siebener, oder was? Ne. Fünfer. Ja. Ich hab sogar noch welche hingelegt da für dich. Hier ist noch mehr Fünfer. Die hab ich auch schon eingesammelt. Danke. Gehen wir jetzt mal was machen? Ja. Lass doch mal was machen jetzt. Lass mal was machen. Hast du jetzt ne Wewa? Naja, ne Mutant. Reicht erst mal. Da unten liegt noch ne SLR irgendwo. Da sind Schüsse. Da hol ich die noch kurz. Wir können ja schon mal gucken, ob ihr ihr seht. Ich geh mir eben noch ne Dreierweste von der Insel holen. Oh, der Typ, ey. Fuddel hat nen Freund mitgebracht. Was? Was hab ich? Ach so, als du den auf der Schulter. Ja. Das ist ne QBU, Franzi. Ne, da war auch ne SLR. Das ist ne M24. Ich wollte den halt nicht töten, aber vom Loot wollte ich auch nicht weg. Also. Man muss leider auch töten. Aber man kann scheinbar jetzt schneller laufen mit denen auf dem Rücken. Das fühlte sich irgendwie schneller an als früher. Okay. Aber kann auch Einbildung sein bisher. Hier ist ne Dragunov-Girl. Gut, machen wir das so erstmal. Guck mal. Möchtest du ne SKS? Ja. Ich hätte hier eine. Goll. Wieso habt ihr euch den auch nochmal aufgeteilt? Oh Mann. Mhm. 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 Komischerweise war hier heute keine Dreierweste. Hm. Komisch. Hier ist noch ne Barilla auch. Barilla. Ich spiele jetzt erstmal ne Weide schon nicht mehr. In der hinteren kleinen Hütte, da ist die SKS. Wie hier Waffen sind auf diesen kleinen Paletten hier. Hm. Äh Lolo. Ich geh schonmal zu Franzi. Ja. Hier beim Stein kannst du rüber laufen. Okay. 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 Also auch vor allem die erste Staffel war für mich sehr gut im Sinne von, also so Feelgood-Quatsch, der nicht so tief geht. Aber ich fand jetzt die zweite Staffel, die jetzt kam, war so unfassbar langweilig. Boah. War das schlimm. Ich hab's noch nicht gesehen. Also da passiert ja wirklich gar nichts. Also die erste hab ich gesehen, war okay. Ja war halt so okay für... Man darf nicht zu viel erwarten im Vergleich zu früher. Ja, 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 ja. Du schießt auf irgendwas. Das will auch gar nicht für die 70er sein. Ja, ich dachte, das geht so richtig cool im Laufen, hab ich aber nicht. Der ist da runtergelaufen. Der ist jetzt am Stein, oder was? Ne, 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 der ist jetzt irgendwo hier. Der ist jetzt weitergelaufen. Und seine Mates? Weiß noch nicht, der war alleine. Nun. Also das ist halt runtergelaufen alleine. Vielleicht sind die hier unten schon, vielleicht sind die noch oben. Aber ich dachte, das wär ein cooler Moment, den jetzt zu holen, deswegen musste ich... Also ich glaub, wir müssen gleich wieder rüber. Ui. Einen hab ich nicht. Einen hab ich nicht. Oh, der ist super low. Bei gelb den, oder wo hast du den? Ne, der noch vom Berg runtergelaufen ist, am Zaun. Da muss ich eigentlich rein. Oh, der wird von einem anderen Team von oben. Du hast eure Nate? Ja. Bei mir ist hier noch ein Team. Scheiße. Kannst du zu uns runter kommen? Ne. Einer ist hier rein gekrochen. Einer ist hier rein gekrochen. Schön. Hä? Wo? Wo? Scheiß. Bei dir oben? Ja, hier sind noch zwei. Ui. Einer noch wahrscheinlich. Einer hier noch Richtung Nordost. Ja, da oben anscheinend. Hier. Gut. Schön. Osten? Ja. Okay, auch von weit weg werde ich noch beschossen. Dann komm doch her. Ich habe einen Drop gerufen. Oh Gott. Das ist ein Moped, Alter. Richtung Nordost schießen die. Ja, dann komm doch hierher. Die unten hattet ihr, ne? Ja. Ja. Wohin? Ich bin doch hier. Hä? Ah! Oh mein Gott. Mein Kopf war zu groß. Das war die, die ich meine, ja. Ja, ja. Nur mein Kopf war zu groß für den Stein. Ich wollte mich hier wegdrehen. Und das ging nicht. Ich sehe. What? Franzi, kannst du mich eben eben, bitte? Da hinten waren welche, Fuddel. Ich weiß leider nicht, wie die sind. Ich bin doch safe. Warum soll ich da vorkommen? Nee, nee. Direkt eben, bitte. Direkt, 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 direkt. Achso. Ja. Was ist denn? Oh mein Gott. Ganz ruhig. Ich dachte, ich bring dich zu Fischi an den Stein. Mal mit Cover oder so. Nein, nein, nein. Hier ist ja ein neuer Helm für mich. Ja, aber das kann ja jemand von drüben. Jetzt schießt man einen Fuddel. Danke. Oh. Wir hatten ja geschrien hier. Nein, nein, nein. Ich dachte, du verblutest richtig schnell. Ja, nee. Aber hier war ein neuer Helm. Stimmt. Das ist echt unfassbar. Die fünf Meter hätte ich ja noch mal laufen können. Das ist wirklich unfassbar. Lass mal, weiß ich nicht. Was machen wir denn? Dann weitergehen, oder? Ja, ich war da auf meinen Drop. Hallo. Willst du jetzt draufzurufen? Ja. Den ich mir jetzt snacke. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Mein Drop. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Oh, yeah. Den ich mir jetzt snacke. Ja, danke. Grauschwimmer, vielen Dank. Danke sehr. Grüße gehen raus. Franzi, das machst du jetzt nicht wirklich. Was haben wir denn hier drin? Ah. Wir haben nur den Gelee angezogen. Alter, wie gut der trifft. Nimm die AWM. Nimm die AWM mit Duits. Also, ich habe ihn markiert. Darf ich? Ja, nimm. Wir gehen jetzt weiter. Guck mal, der schießt hier. Ey. Futter der Entscheider schon wieder. Nein, nein, nein. Weil der schießt hier auf mich. Direkt hier auf mich. Obwohl er mich nicht sehen kann. Der ist bei Orange. Der hat einen Wallhack an. Der konnte mich nicht sehen. Vielleicht sieht er dich. Und schießt hier genau hin, wo ich stehe. Okay. Du weißt doch gar nicht, ob der dich nicht gesehen hat. Futter. Ich weiß. Ach, guck. Ich zeig euch das noch. Okay. Hier lagen noch zwei Leichen, genau. Oh, die Kiste. Jetzt nicht. Sechsfach. Habt ihr eigentlich zu viel Healy, irgendwer? Oh, da ist endlich die Ace. Ja, ich kann dir Heal geben. Äh, hier. Ich leg dir was hier hinter. Hinter die... Also, Booster habe ich nur, ähm, Dingens. Ja, kann ich dir hier geben. Gibt's. Dankeschön. Let's go. Wo waren wir lang? Wo waren wir lang? Ach, ich falle ein bisschen in die Mitte. Okay. Also, eigentlich sind wir ganz gut, nur nicht gut. Ja, sollen wir nicht schon über die Brücke rüber, hier außen? Ach, was ist denn jetzt, wenn man jetzt zurückkommt? Da oben auf dem Dach war einer. Hier, in dem Hütchen oben jetzt. Ja, okay, okay, okay. Der ist wieder auf dem Dach. Wenn er kurz aimt, hab ich ihn. Oh, was? Kannst du, Franzi, heben? Ich bin nicht da. Sie ist auf deiner Seite. Wieso bist du nicht da? Hallo? Achso, sie ist schon da. Achso, wirklich? Sie ist noch entspannt. Ich dachte, sie ist noch bei dir. Ich bin nicht da. Ich bin jetzt weggelaufen auf die andere Seite der Halle. Die haben schon Emotis auf mich geworfen. Die pushen, die pushen, die pushen, die pushen. Kann sein, dass nur zwei sind. Habt ihr den geflasht? Nice. Habt ihr den geholt? Wie der hier vorne war, oder was? Ja. Wer schmeißt die Smokes? Der andere, das sind zwei. Habt ihr gar nichts gemacht. Weißt du ungefähr, wo der ist? Naja, so zwischen uns. Auf der Straße. Ab ihn. Schön. Down oder finish? Der ist dead. Den hab ich getötet. Es waren also nur noch zwei, die uns da gepackt haben. gepusht haben? Ich brauche ein Helmchen neues. Ich brauche eine neue Weste. Dann brauchen sie alles. Lol. Was habe ich da denn gerade gemacht? Ich hätte den haben müssen. Ich sehe keine Weste. Ich habe ein bisschen Angst, dass der von Orange gleich kommt, der Hacker. Na, wenn der hackt, ist der irgendwann bei uns. Deino, moin! Steht so drei Leute neben mir. Oh, okay. Siehst du, wir müssen hoch. Ja, ich brauche immer noch Weste. Oh, vor leider. Wir hätten dir doch einen aus Griechen damit bringen sollen. Ach, stimmt. Ich gehe über die Inseln, über die Kleinen sozusagen. Ich möchte... Ja, ich gehe noch looten. Oh, vor der Lalle. Hol dir die doch woanders. Später gleich. Deine kaputte macht doch auch Schadensreduzierung ganz viel. Die ist aber kaputt, kaputt. Ja, und dann macht die trotzdem eine Schadensreduzierung. Fahr mal mit der Maus drüber. Anstatt, dass du da jetzt mit uns kommst und in 13 Sekunden... Ach, voll. Oh, ich erfahre sie fünf. Manchmal bist du echt schlimmer als ich. Das ist ja wirklich schlimm. Und das ist schon echt. Ja. Oh, dieses Sauerstoff-Ding. Von eurer Seite aus schießen die auf mich. Auf dich? Ja. Ich sage jetzt nichts. Was denn? Naja, wenn du schon bei uns wärst. Könnten die ja gar nicht auf dich schießen. Können die auch gar nicht mehr. Oh, Mann. Man, sie gehen mal nicht zu tief... Äh, genau. Nicht zu tief rein. Nee. Hinter mir kommt ein Buggy. Ich werde sie töten. Oh, je. Was, was, was? Ja, auf der anderen Seite kam... Hat er gesagt. Weil Orange sind welche. Oder nicht hoch. Wir sind hier direkt vor mir. Irgendwo bei Gelb. Ungefähr da bei Orange. Ein bisschen weiter hinten vielleicht. Der war direkt dead. Ja. Hinter dem Stein, Gelb. Fudel's dead. Scheiße. Das sind die mit dem Buggy. Die haben gefressen. Ja, aber die heilen sich ja. Also, ich muss nach links durch die Smoke durch. Guck. Ist in die Smoke rein. Ja, das ist in der Smoke drin hier. Oh. Hinten am Zonenrand laufen noch welche. Ist ein Full-Team, Vierer-Team. Hinter dem anderen Team. An der Zonenrand. Da. Oh, ja. Ja, da ist auch den Buggy gestiegen. Alter, es ist nicht wahr. Ich kann keine Boot mehr spielen. Ja, gut. Das andere Team macht den jetzt. Okay, dann positionieren wir neu, Franzi. Ja. Noch zwölf. Laufen wir jetzt hier einmal rum. Wo sie ist gar nicht mal so schlecht. Gucken nach rechts, ob da hier noch jemand nachziehen will. Ah, hier auf der Insel. Tot. Oh, nice, Franzi. Das war richtig geil. Das war krass. Wo war der? Der war hier. Und der ist tot. Ach, da. Nice. Ich wollte gerade noch sagen. Wir müssen nach rechts gucken. Ja. Oh, da. Gelb. Wo war der da am Stein? Die sind jetzt hier in die Häuser gerannt. Nur links. Ich verbinde mich. Ja. Ja, ihr seid in der Zone, ihr könnt das ganz entspannt defensiv spielen. Ich würde noch ein bisschen rumlaufen, damit die uns... Weil die wissen, dass wir hier sind. Ja, doch springen ja nach runter, ins Wasser. Der ist jetzt hier ins Wasser halt gesprungen. Ja. Also quasi zwischen den Inseln. Und da schießt er noch was da hinten. Der muss eigentlich hier rauskommen. Da war der Nadel. Der kämpfte gegen wen anders auf der Insel, ne? Mhm. Ich habe auch. Aber ihr habt immer noch das Viererteam links von euch. Ja. Spielt defensiv einfach. Die sind direkt neben euch in den Häusern, ne? Das ist natürlich ungünstig. Der schießt auf gelb. Sonst vielleicht an die Steine unten dran. Da seid ihr zumindest in der Zone. Links, Franzi. Äh, bei gelb. Ah, schade. Ah! Ah! Oh, lol. Hat Hit. Nur einen von denen downen könnten. Oh, nice. Dann müssen wir pushen links rum. Das war das Viererteam da, ne? Nein! Los! Einer pusht uns jetzt hier unten schon. Hab ich? Ach. Ja, von der anderen Seite schießt ihr jetzt auf uns. Einer ist noch am Stein. Noch noch einer. Direkt am Stein. Achso, aus beiden. Nice. Ist noch oben am Haus irgendwo. Ohne. Zone. 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 Schau ich nicht mehr. Scheiße. Franzi dead. Hat sich vor dir hingelegt, Fischi. Fuck! No. Ich stand noch so dumm in der Zone noch. Scheiße. Ach, shit! Schade, schade. Scheiße. Schade, Mann. Das ist ne krasses Finale. Das war crazy. Das war richtig krass, Alter. War eine sehr lustige Runde, deswegen. Tschüss, YouTube. Hallo, YouTube, tschüss. Guck mal, wie viel Schaden ich gemacht habe. Boah. Ich hab drei Kills, 333 Schaden und 3 ist es. Franzi macht nen Dreier. Lol. Toll. Ja. 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 Ja.